Jedes Jahr an Halloween das gleiche, wo kriege ich ein richtig cooles Kostüm her? Und deswegen sind wir heute beim Kostümverleih Streb in Rot und suchen da tolle Kostüme raus von Silas und Diana. Ich fand es vom Kostüm her ganz cool. Insgesamt passt echt alles zusammen, Schminke, Klausur, so der Move hat mir noch nicht ganz am Ende gefallen. Okay, tschüss. Tschüss. Also ich muss schon sagen, das Kostüm ist sehr stimmig, du hast dir da so viele Gedanken gemacht. Deswegen auch die fünf Punkte. Ich fand den Move eigentlich echt gut. Ich würde vielleicht gerne mal dein Gesicht zwischendrin sehen und die wunderschöne Frisur, aber im Großen und Ganzen sehr gut. Tschüss. 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 Also ich finde, du hast ein sehr schönes Kostüm dir ausgesucht. Du hast sehr viele Details, eigentlich alles bedacht. Das ist sehr stimmig. Ich finde auch das mit dem Schwarz- und Blau-Kontrast sehr schön und auch deine Performance war super. Hat alles super zusammengepasst. Vielen Dank. Dankeschön. Also mich hast du voll überzeugt. Ich denke mir einfach so, jetzt noch Klaviermusik und das Ganze in Schwarz-Weiß total stumpfeln. Gefällt mir super. Bis zum nächsten Mal. Also ich fand's vom Kostüm her super, aber leider zwischendrin, auch wenn ich jetzt riskiere meinen Kopf zu verlieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Schüler, die angreifen, finde ich dich gar nicht. Dein Kostüm finde ich eigentlich ganz gut, aber deine Performance hat mich leider echt nicht überzeugt. Ja, wir hatten heute wirklich eine Menge Spaß, wir haben so viele schöne Kostüme anprobiert und möchten einen großen Dank an die Frau Streb ausrichten und schaut doch bitte gerne auch hier vorbei und da könnt ihr im Kostümvordergrund, da könnt ihr auch gerne selber die Kostüme mal anprobieren. Genau, und jetzt könnt ihr noch in die Kommentare schreiben, welches euer Favorit war von den Kostümen heute. Schaut auch mal auf Instagram vorbei, da sind noch ein paar Fotos von dem Dreh heute und auf jeden Fall auch mal auf der Internetseite von der Familie Streb, wir verlinken euch das Ganze noch in der Videobeschreibung.